Diese Frau hier hat einen Babytiger gefunden und jetzt sieht sie ihn groß. Schau dir an, wie sie miteinander spielen. So süß ist der Babytiger. Die Frau, die streichelt die ganze Zeit seinen Bauch und es scheint ihm sehr zu gefallen. Wenn das das süßeste Video ist, was du heute gesehen hast, dann lass ein Like da und abonniere für noch mehr süße Videos. mit den Paws.